herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute baue ich mal wieder etwas um und wer hätte es gedacht da muss man natürlich mal wieder hin scrollen ist auch ganz unauffällig und ich baue hier diese ja diese ecke einfach mal um sie ist nicht gerade schön aus dass sie einfach nur irgendwie hingestellt aus das will ich heute ändern nämlich tut mega cool zu einer mega cool ecke deswegen gutes einmal sagen fangen wir mal direkt an ich habe hier mit ihr ich habe hier mit ihr Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Und現在, So, jetzt bin ich mit Unbaum fertig, können wir uns das nochmal anschauen. Hier der Krusty Burger mit ein paar Parkplätzen und den Lamborghini, genau. Und hier, ja, das ist nicht so besonders, aber hier, diese Stadtauflockerung, ich habe zu oft gesagt, dass ich keine Stadtauflockerung habe und jetzt habe ich endlich eine und sieht geil aus. Das Springfield Museum, die haben mir was ganz Geniales gedacht, hier das Auto da oben, kann er dann direkt einsteigen, also so ein kleiner Hintergedanke, muss man natürlich immer haben. Naja, ob da irgendjemand draufkommt, weil wenn man das so betrachtet ist, die sieht irgendwie nicht so geil aus, aber wenn man das im Zusammenhang betrachtet, dann sieht es eigentlich gut aus. Und ja, hier haben wir ein paar Gebäude, die sind halt schlecht aus und die Pizza, die Pizza ist das. Hier haben wir den Krustyland Bäumen, die sind eigentlich, die gehen eigentlich ziemlich in Ordnung. Da kommt hier auch gleich die Scratchy-Ecke, genau mit der Rompe, genau Rompe, hier ein paar Palmen und so. Dann kommt danach auch gleich das Villenviertel, schöne Villenviertel Kipfburg. Okay. Also ja, die habe ich da hinpasst, weil sie nur farblich dazu passt und die stand da ganz zufällig rum, also ganz gut. Und ja, hier das fette Anwesen von Mr. von den reinen Ding da, den Ding da, naja, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Aber dann, wir dürfen etwas nicht vergessen, nämlich habe ich ja auch noch diesen Tümpel oder so. Das war ein Tümpel. Ja genau, der Tümpel hier. Und als solche Angebenachrichtigungen, das hat mich jetzt mal wieder zerstört. Also da habe ich ein paar Bäume weg, ja, weggetan. Ja, das geht eigentlich. Also das sieht jetzt viel besser aus als vorher. Vorher ist das irgendwie, ja, hat etwas gewöhnungsbedürftig aus. Dann habe ich natürlich immer noch was umgebaut, nämlich hier so ein kleines, ein paar Häuser. Unbedingt krass, kleinen Bäumen. Also die sieht man jetzt bei mir in jedem Umbauvideo. Da kommt die einfach nicht rum. Da kommt man einfach nicht rum. Dann auch da hinten, da müssen wir wieder weit, weit hinter scrollen. Da haben wir da hinter, ja wo ist es jetzt? Äh. Irgendwo. Ach, da ist es ja schon. Genau hier. Das Autokino mit ein paar Autos haben wir hier hingestellt. Ein paar Stopp-Shilder. Das sieht man nicht häufig in meiner Stadt. So ein Stopp-Shilder. Ja, geht eigentlich. Nur die Bäume dahinten, das passt irgendwie nicht. Dann wieder eine Stadt-Auflockerung. Oder so einfach eine Auflockerung, sagen wir so. Dahinten irgendwas immer genau hingestellt. Sieht aber alles im einen gut aus. So, und dann würde ich einfach mal sagen. Mach's das hier von mir für diese Folge. Wenn du gefallen hast, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Oder abonniert meinen Kanal. Und ja. Ciao. 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 Ciao.